herzlich willkommen zu einer neuen folge auffallend anders ihr wisst der winternat was gibt es da besseres als einen getunten rem trx im winter style wenn wir uns den rem trx von vorne angucken fällt eins auf wir haben uns black and white als vorbild genommen alles was hier eigentlich so normalerweise ein bisschen plastisch aussieht und schwarz ist ist jetzt weiß oder glänzend schwarz lackiert also hier der grill und hier auch besonders schön die rem initialen auch weiß lackiert gleiches gilt für die motorhaube black and white wenn ihr euch erinnert wir hätten ja schon mal den rem tx ignition also diesen orangenen rem tx getunt haben wir eigentlich fast genauso gemacht da haben wir nur alles was hier jetzt hier weiß ist orange gemacht und hier bei den felgen ähnlich das was damals orange war ist jetzt weiß und passt natürlich perfekt zum auto okay damit wirklich alles stimmig ist haben uns natürlich auch die spiegel vorgenommen die wir auch weiß lackiert haben guckt man also von vorne ist alles im perfekten weiß und gibt so dem ganzen auto richtig schöne klasse na passend zu einem pick up braucht man einen ordentlichen bügel ihr kennt ihn ja schon ist unser rem tx bügel super pulverbeschichtet mit tx logo ja und alle die eine firma haben oder ihr familienwappen verewigen möchten auf dem bügel kein problem für uns sagt einfach was ihr haben wollt können wir alles auf dem bügel bringen ja ihr seht ja ist hier ein prächtiger wagen aber zum prächtigen wagen gehört auch prächtiger sound normalerweise ist das ja nrp gebiet wir nutzen ja hauptsächlich nrp klappen und sport abgasanlagen hier haben wir uns aber mal für grail automotive entschieden die klappen abgasanlage funktioniert ein bisschen anders die ist so eingestellt dass sie nur zu hören ist wenn man fährt oder im stand ordentlich brettert also ordentlich das gaspedal mal runter drückt und das will ich jetzt gleich mal testen die rückseite ist natürlich auch stimmig lackiert weiße stoß stange und weiß lackierte fender flares wenn ihr fragen zu diesem wunderbaren schneemobil habt schreibt sie in die kommentare wir antworten euch gern ja ihr könnt uns natürlich auch anrufen wie auch immer wir freuen uns auf die nächste folge bis bald